Mein Name ist Heinz Ducke, ich bin Verkaufsleiter bei der Firma Duschalux. Wir sind zwölf Mitarbeitende im Innendienst und sechs Mitarbeiter im Ossendienst. Der Verkauf ist der Motor von der Unternehmung. Es ist eine Scheibe zwischen Kunden und den nachgelagerten Stellen wie Produktion, Kundendienst, Versand, Logistik. Wichtig ist das Teamwork. Du bringst dich ein und übernimmst die Verantwortung. Administrative Arbeiten fällt dir leicht. Du hast ein technisches Verständnis. Ausserdem bist du kommunikativ, telefonierst gerne und arbeiten am PC machen dir Spass. Ich bin Ramona Weiss. Ich arbeite als Teamleiterin im Verkaufsinnendienst bei Duschalux. Im Verkauf stehe ich jeden Tag mit unseren Kunden in Kontakt, entweder per Mail, per Telefon oder persönlich in unserer Ausstellung. Ich bekomme jeden Tag auch Ausmass von unseren Monteuren, die vor Ort ausmessen gehen. Dort prüfen wir, ob wir das technisch ausarbeiten müssen. Ich freue mich jeden Tag, mit unseren Kunden zusammen eine Lösung zu finden, die für sie am besten passt. Mein Name ist Stefan Gerber und ich darf in der Unternehmensleitung für die Bereiche HR, Dienste und IT verantwortlich zeigen. Duschalux verpackt in seinem Mitarbeiterhandbuch traditionelle und zeitgemäße Anstellungsbedingungen unter einem Dach. Neben vielen anderen kennen wir auch eine gleitende Arbeitszeit. Bei uns kann man Ferien kaufen und dort, wo es vom Arbeitsplatz her möglich ist, auch Homeoffice betreiben. Innerhalb unserer Du-Kultur leben wir eine flache Organisation mit kurzen Entscheidungswägen und direkter Kommunikation. Mit agilen Ansätzen und der Einführung von Shopfloor umstreichen wir das Grundsätzliche miteinander. Mit einem gelebten betrieblichen Gesundheitsmanagement und vielen Teamförderungsaktivitäten stützen wir zudem unsere Zusammenarbeit auch neben dem Arbeitsplatz. Zusammengefasst, wir freuen uns auf dich.